Was war das jetzt? Naja, egal. Und herzlich willkommen zu Crisis Warhead. Mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. In der letzten Folge haben wir uns ja hier in den U-Boot-Hafen gerettet. Begeben, in das U-Boot reingehüpft. In dieses Last-U-Boot. Wurden vom Gegner überrascht. Ein wenig gefoltert. Ja, und dann wurde es kalt, wie man sieht. Und zwar ziemlich schnell sogar. Und der Anzug hat ihn wohl gerettet. Aber der Container ist jetzt... Ist der jetzt leer? Ist der... Frachtraum meine ich nicht, der Container. Da ist das EMP-Dingendrin. Oder? Ich hab da was mit EMP. Geh nicht raus! Da lag was. Das sollten wir doch... Ach, das war ja im Waffenlager. Da bin ich ja nicht hingekommen, weil ich so einen Rabatz gemacht hab. Oh. Kraft. Das ist Mühe. Da ist der Container. Okay. Wo sind wir jetzt? Da sind wir vielleicht, als er bewusstlos war, hingeschippert. Aber dann muss er ganz schön lange bewusstlos gewesen sein, der Junge. Pfeifen. Was haben wir denn so? Ey, wir haben... Wir haben nichts. Tut mir leid. Die macht wer leer? EMP-Granaten. Mit G kann ich die wehren. Wir brauchen diesen Behälter. Wer weiß, was die Mistkerle mit dieser Technologie anrichten könnten. Ja, wer weiß. Oh, ja. Anrufsstörgranaten. Ich taue... Äh, ich taue nicht mal. Ich muss mich jetzt mal orientieren. Geh' ich mal hier vorsichtig runter. So, Anzug aufladen. Die Bienen sind auch nicht so schön. Oh, hübsch. Was sieht das? Eis sieht nach Eis aus. Eis. Ich hab' ja noch Eis. Ich hab' ja noch Eis. Oh. Wir sind doch aber... Gegner. beim Hovercraft. Und ich sehe nichts. Ich habe keine mehr. Oh, mir geht es nicht gut. Jetzt geht es nicht besser. Ich habe ihn erledigt. Das soll ich nehmen? Nichts darf mich aufhalten. Ach ja, das Spiel speichert. Wo ist denn die und der Behälter? Nichts darf mich aufhalten. Gar nichts. Hier ist... Die Straße durchs Dorf. Das ist aber rechts. Oh, hier ist der Steak. Ich glaube, ich muss woanders ran. Anderes links. Ah, hier. Das sieht aus wie eine Straße. Durch das Dorf. Gleich kommt eine T-Kreuzung. Links abbiegen. Der hat aber verfolgt. Da ist er. Ich habe ihn. Oh, was ist das mit der Kamera? Jetzt? Wo ist er hin? Verdammt, wir haben ihn verloren. Ja. Das meine ich auch. Links abbiegen. Das links? Ich nehme jetzt das links. Oh, das schont ja aber hin und her. Ich kann auch hier nicht viel machen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Vorbei. Ignorier mich. Kann ich schießen? Nee. Hör doch mal auf, mich zu beballen. Ich kann mich nicht mal wehren. Was war das? Vor Ihnen ist ein Weg. An dem Schiff entlang. Ich hoffe, das ist wichtig. Kann man hier irgendwie Gas geben? Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, nicht so. Oh, Schiff. Da ist der Behälter. Ja, ja, ja. Ah. Ups. Unfair. Gar nicht. Nicht. Lass mich. Stoßen Sie zum Eagle-Team vor? Ah, da hinten. Da ist ein grüner Pfeil. Ich sehe ihn jetzt endlich. Da ist das, der Eagle-Team. Zum Teufel ist das. Im Moment ist die Maschine das Problem der KVH und das sollte möglichst lange so bleiben. Bleiben Sie an mir und... Oh. Ich weiß nicht, wenn ich ihn auf die Kasse drücke, dann machen die Auspuffe sowas. Ich finde die interessant. Hä? Was war das jetzt? Ach, ein Kuh getroffen worden von dem Ding. Landball. Was zum Teufel ist das? Im Moment ist die Maschine das Problem der KVH und das sollte möglichst lange so bleiben. Bleiben Sie an Lee und dem Behälter dran. Oh. Muss ich denn da lang? Ich weiß gar nicht, wo ich langen muss. Nee, hier muss ich nicht lang. Da. Oh. Das war wieder nicht richtig. Und wir sind wieder beim Schiff. Und ich drücke mal wieder auf die Taste. Ja. Scheint so ein kleiner... Oh, zu sein. Hier ist auch eine Spur auf dem Eis. Was zum Teufel ist das? Hier kann ich über die Mien fahren. Im Moment ist die Maschine das Problem der KVH und das sollte möglichst lange so bleiben. Bleiben Sie an Lee und dem Behälter dran. Ich bin jetzt erstmal vorbei. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Uwe! Uwe! Ich konnte. Kann ich mal die helfen? Kann ich raus? Ja. Ich weiß ja jetzt gar nicht, wo ich langen muss. So genau. Was sagt denn die Karte? Da bin ich. Die ist da hinten. Ich brauche doch einmal den Hübertrag. Ja, jetzt geht es. Jetzt wird er wieder. Kann ich denn vielleicht... Kann es lang? Nein. Vielleicht bin ich ja hier auch verkehrt. Ich weiß es doch nicht. Oh. Wo sind wir denn hier? Hier sind so eine Kleine. Die ignorieren wir jetzt. Ich ignoriere dich. Und dich ignoriere ich erst recht. Oh. Ich fahre hier weg. Ich weiß nicht, wo ich bin. Interessant. Hier lang? Nein. Ich bin hier, glaube ich, nicht so ganz richtig. Huch. Das Pass. Was macht das Pass? Die Gegend ist schwer bewacht. Nicht anhalten und kämpfen. Nein. Mach ich auch gar nicht. Ich bin nur... ...weg. Hier. Das stimmt doch hier nicht, ne? Da kann man jetzt hier rum. Nein. Ich fahre mal weiter weg, ne? Wo hätte ich denn da lang gemusst? Das ist ja ein Ding. Ich habe mich verfahren. Das kann ja mal passieren. Wenn man nicht weiß, wo man lang muss. Da hinten ging das irgendwo lang. Das ist eine Art... ...Fehunterbrechung gewesen. Nein, nein, nein. Jetzt. So. Scheiße, scheiße. Ich habe hier auch gar nichts zum Kämpfen. Deswegen verstehe ich den Hinweis gar nicht. Womit soll ich denn kämpfen? Soll ich sie anhauchen? Versuchen sie zu erwärmen. Das bekommt ihn dann nicht oder so? Nach dem Motto? Ah, hier ist das Schiff. Warte, ist ja... Oh. Ich mache mit meinem Mund Geräusch, wenn das passiert. Oh. 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 Maximale Stärke. Wie war denn das Schlagen? Wie war denn das Schlagen? Ich kann nicht mehr schlagen. Es gibt keinen Nahkampf. F nicht. D nicht. U nicht. Er ist nachladen. T. T. Ich prügel dich in die richtige Position. Komm. Das war jetzt Blödsinn. Wartet mal. F8 war das, glaube ich, ne? Ne. Welche Taste war denn hier? Schnell laden. Laden speichern. Spiel laden. Das müsste die richtige Stelle sein, ne? Das bringt ja jetzt so nichts. Ich mache das mal schnell. So. So sieht es doch besser aus. Irgendwie bin ich da. Hier ist eine Rampfer, aber... Was zum Teufel ist das? Im Moment ist die Maschine das Problem der KVA und das sollte möglichst lange so bleiben. Bleiben Sie an Lee und dem Behälter dran. Da kann ich ruhig, ja. Hier ist einfach mal. Lauf, 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 lauf. Au, 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 au. Ach, scheiße. Schneller, schneller, schneller. Da geh ich nicht lang. Au, 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 au. Deswegen geh ich da nicht lang. Ich werd hier schon verfolgt. Dann wollen wir mal zusehen. Da ist es. Weiß gar nicht. Ich glaub, gegen die kann man nicht so viel machen. Oh. Ja, nicht so wirklich. Oh, da ist schon der nächste. Oh, die sind ganz viele. Nicht gut. Ob ich das noch schaff? Psycho, da führt eine Straße durch eine Feldspalte rauf zu uns. Auf der linken Seite des Tals, in dem sie gerade sind. Bleiben wir uns verschanzt. Gut, ich versuch zu euch zu kommen. Nein, jetzt hab ich aus Versehen vorhin gestoppt. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie lange die Folge würden. So, ich versteck mich mal hier in den Tisch. So, hier dürften sie mich ja nicht sehen. Schnell aufladen. Haben wir denn noch andere Muni dafür? Reflexvisier, Laseraufsatz, Schalldämpfer. Nein, haben wir nicht. Oh. Wo bin ich denn jetzt? Kacke. Scheiße. Oh, das gibt es nicht. Ich springe doch. Komm hier nicht hoch. Dann nützt mir doch die Sprungkraft nix. Was soll denn der Quatsch? So. Wozu hab ich den ganzen Kram? Bin weg. Und die haben mich auch wieder gesehen. Links von mir. Ich seh sie doch hier auf der Karte. Ist das der Berg? Welcherjeniger? Das gibt Beschnützern auch nicht viel, wenn das kaputt geht dabei. Energie kritisch. Maximale Panzerraum. Da ist Feuer. Da muss ich aber nicht hin. Ich muss hier. Aktiviert. Ja, ich weiß, war noch nicht ganz voll. Da ist mein Ziel. Sieht ja erstmal gut aus. Ich hör hier so ein komisches Geräusch. Maximale Panzerraum. Aufladen. Aufladen. So. Tarnfeld aktiviert. Da ist mein Team in 112 Meter. Da ist ein Feuer. So eine kleinen Alien sehe ich hier gar nicht. Energie kritisch. Maximale Panzerraum. Ich versuche es mal. Dauert sonst. Zu lange, wollte ich sagen. Irgendwie war mir das jetzt nicht koscher. Aber ich habe hier gar keine Marken auf der Mission für MP. Okay. F40. Aha. Granatwerfer. Merk. Oh. Hat es gleich einen erlegt? Wisst ihr was? Ich habe gerade überlegt. Ich schaue mal rein. Aber Laser-Visier. So. Das ist so. Sehen sie mich nicht? Wo wird er denn beschossen? Da ist einer. Der ist weit weg. Reicht da ein Treffer mit dem Geist-Gewähl? Wie zu wissen. Nee, doch nicht. Man müsste aber auch treffen. Nachladen. Wie klar haben wir denn noch? Bisschen. Ich sehe den gar nicht. Auf der Karte sehe ich ihn. Aber so sehe ich ihn gar nicht. Ich gehe mal ein bisschen schwer. Nee. Bis zum Tunnel. Da ist noch mal. Da ist einer. Die roten Laser gehören zu meinen Kameraden. Ich meine, ich sollte nicht. Da hinten ist einer. Da im Gebüsch. Da habe ich dich gesehen. Lass uns mal da hin. Sonst sieht es gut aus. Trifft das Ding auf so eine Entfernung? Das nennt sich ja Gauss-Gewehr. Ich sehe nichts. Jetzt habe ich einen Fallschuss. Da ist er. So ein Begleiter. Oh, oh. Was war das? Der ist gut. Oh, wer beschießt mich hier? Mir geht es nicht gut. Da. Warte mal. Da oben. Das ist ein Dicke. Das kennen wir doch. Da ist noch ein. Aha. Der ist weg. Hier ist noch so ein großer. Nee, das ist ein kleiner. Jetzt geht es aber langsam wie Moni runter. Hier könnte ja welche liegen. Aua, 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 aua. Wo spielt der Granaten? Ja, ich glaube, ich habe was aufgenommen. Sehr gut. Hol ihn dir. Warte. Nicht in die Schusslinie. So, das war es, glaube ich. Doch nicht. Der hat sich wieder erholt. Nee, jetzt ist er explodiert. Ja, dann lad nach. Ist hier noch wer vom Ampelt-Gee so rum? Wen denn? Auf der Karte sehe ich jedenfalls nichts. Echt? Wo denn? Hier ist doch nur Wasser. Ach, da hin. Man kann den gar nicht sehen. Wie soll man denn da was schießen? Da hinten steckt der Heiler. Müssen wir die alle erledigen? Ja, eine Granate habe ich auch noch. Aber ob die so weit geht, äh, geworfen, bis ich bekomme? Wahrscheinlich nicht. Mal gucken, aber das hilft auch nicht, ne? Die Waffe schießt auch nicht gleich. Die hat dann immer so eine Ladeverzögerung. Und ich habe ja auch kein freies Schussfeld. Ich habe alle hier die ganze Muni. Muss das echt sein? Na gut, ey. Müsst ihr da mal hochpüppen. Da kommt man gar nicht los, ne? Doch, hier an der Seite. Mach mal ab. Oh, maximale Stärke. Maximales Rutschen. So, dann werden wir ihn mal flackieren. Den kleinen Flüger. Wo ist er denn? Hoa. Nicht mich. Der kann was ab. Jetzt nicht mehr. So, zu fliegen. Dann mach doch mal ein Päuschen hier, Jungs. Ich will eine Pause machen, also eine Folgenpause. So, dann gehen wir weiter, dann gucken wir mal, ob wir in den Häusern was Warmes kriegen. Zum Beispiel eine warme Suppe. Bis dann. Ja, doch. Tschüss.